Einen wunderschönen Buschenwagen. Hier seht ihr den kaputten, den noch kaputten Aufzug. Bissenkopf von der Schwarzer Straße. Er ist jetzt auf dieser Ebene geleist. Er wurde anscheinend repariert und wurde in die Mitte gezogen. Er wurde durch den Vanillismus massiv zerstört. Wann genau er wieder den Normalschrieb aufnehmen kann, weiß ich bis jetzt noch nicht. Der Polizeiabschluss hängt aber noch. Also, vielleicht sehen wir uns dann heute wieder. Vielleicht gibt es was Schönes zu sehen, vielleicht aber auch nicht. Also, bis später.